Höhöhöhöhöhöh Angriffsfreigabe erteilt! Abrücken! Wir haben den Vorteil errungen! Nein! Ich kann es nur machen wenn es am Campen sind und ich wirklich ganz ganz nah herlaufen kann. Oder wenn ich Glück habe. Ja wenn du nah bist geht es manchmal auch nicht. Stimmt. So. Ja, da wird passen. Wir haben einen Aufklärer in Bereitschaft! Verbündete Drohne über uns! 5 EMP bereit! Feind von EMP geflossen, Ausrüstung und Exo-Aktion ausgefallen. Sicher nicht. Die Drohne ist über uns! Feind aus dem Fetthaus! Nein. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich wusste, ich hätte nicht zur Lava gehen, oh fuck Verbündete Drohne über uns Ja, wir waren da drei, wo ich gehen kann und kille Ich habe jetzt online Verbündete Drohne über uns INP bereit Feind von INP getroffen Ausrüstung und Expo-Aktion ausgefallen Oh fuck Wir gewinnen Nein, der Schwule Wieder einer vor dem Zehner InP getroffen Ausrüstung 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 Was ist das? 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 Was ist das?